100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% die beste Comedy für unser Land. Jetzt Bauer Call. Hallo, hier ist Bauer Call, dein Freund auf dem Land. Hast auch schon mal reingeguckt in deine eigene Stasi-Akte? Hier, wenn die sich nicht um mich gekümmert hätten, ich hätte ja gar kein Fotoalbum. Die Staatssicherheit habe ich schon zu Ostzeiten ausgenutzt. Wie war es denn, wenn ich auf dem Land von der Kneipe Samstagnacht rein wollte in eine Stadt? Dann habe ich mich in eine Kneipe hingestellt und habe einen politischen Witz erzählt. Und dann konnte sie die Uhr nachstellen, nach einer Viertelstunde haben sie mir abgeholt. Gut, das Taxi war scheiße, keine Griffe an der Tür und die haben mich auch nie direkt nach Hause gefahren. Aber ich bin weggekommen. Weißt Bescheid? Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. 100% die beste Comedy für unser Land. 100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% Mecklenburg-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern.